Glaubensimpulse Glaubensimpulse Herzlich Willkommen bei 3LTV Glaubensimpulse Wir haben schon darüber nachgedacht, gibt es einen Gott? Und kann man den Glauben an Gott mit der Wissenschaft und dem Intellekt kompatibel machen? Und dann die große Frage, woher kommt das Böse, wenn Gott doch nur das Gute geschaffen hat? Und da haben wir festgestellt, dass der Mensch gerade dadurch Gott ebenbildlich oder ähnlich ist, dass er den freien Willen hat, die Fähigkeit, Ja zu sagen mit ganzem Herzen zu Gott oder vielleicht, was leider das Böse produziert, Nein und sich von Gott zu emanzipieren. So liegt das wie eine düstere Wolke über der Menschheit, dass es dieses Böse gibt, die Verneinung Gottes, die den Menschen zur Bestie machen kann. Und dann die Frage, wer kann uns von dieser finsteren Wolke befreien? Wer kann uns von der Schuld erlösen? Das ist die älteste Frage, das älteste Problem der Menschheit überhaupt. Gibt es so etwas wie Befreiung von Schuld? Wenn ich manchmal in eine psychiatrische Klinik komme, begegne ich seelisch kranken Menschen und habe immer wieder auch die Erfahrung, dass Menschen deswegen seelisch krank werden, weil sie nicht wissen, wie sie die Schuld, die sie auf sich gehäuft haben, loswerden können. Man kann sie nicht wegpsychologisieren. Man kann sie auch nicht mit Tabletten und Chemikalien irgendwie bekämpfen, wie man vielleicht eine Grippe oder eine Lungenentzündung bekämpfen kann. Wie kriegt man das Böse aus dem Herzen? Wenn ich zu einem Arzt ginge, würde ich sagen, können Sie mir meine Sünden vergeben? Dann würde er mich wahrscheinlich sehr erstaunt anschauen, würde sagen, ich glaube, du bist irgendwie psychisch nicht ganz normal. Du musst wahrscheinlich eine Behandlung haben. Wir verstehen vom Bösen nichts. Da musst du schon in die Kirche gehen. Da musst du schon zu einem Priester gehen. Da musst du wirklich auch eine göttliche Einwirkung haben. Wo kommt die her? Die Erlösung vom Bösen kommt durch Jesus Christus. Gott hat also den Weg gesucht, den Menschen zu heilen, indem er selbst dem Menschen entgegengegangen ist. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die im Evangelium steht, nämlich die das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von dem, der sich gegen den Vater gestellt hat, der sich von ihm emanzipieren wollte, der seinen eigenen Weg gehen wollte, der sich selbst verwirklichen wollte. Er geht zu seinem Vater und sagt, gib mir das Geld, das mir zusteht, vom Erbe her. Indem er von seinem Vater das Erbe verlangt, spricht er die größte Beleidigung aus, die man einem Menschen zufügen kann. Denn das Erbe tritt ja erst dann in Kraft, wenn der, der das Erbe verfügt, wenn der gestorben ist. Also hat doch der Sohn dadurch, dass er vom Vater sein Erbe, sein zustehendes Erbe verlangt, dem Vater damit gesagt, du bist für mich gestorben, gib das Geld her. Und der Vater in seiner großen Liebe, weil er ja schon im Blick hat, dass der Sohn doch eines Tages wieder zurückkehren wird, in seiner großen Liebe gibt er ihm das Geld und lässt ihn ins Verderben laufen. Es geht nicht anders. Der Sohn hat es so gewählt. Und der Sohn hat sich einen Monstervater vor Augen geführt, um sich selber zu rechtfertigen, dass es der richtige Schritt war, sich vom Vaterhaus zu emanzipieren. Und er rennt ins Verderben. Am Schluss sitzt er bei den Schweinen, hat das ganze Geld vertan, sitzt in Lumpen da und ist nur noch zum Schweinehüten gut. Und da kommt ihm auf einmal der Gedanke, zurückzukehren zum Vater. Und da heißt es, der Vater hat schon Ausschau gehalten nach ihm. Als ich einmal dieses Gleichnis referiert habe vor einem größeren Kreis, da kam am Anschluss nach dem Vortrag eine Dame zu mir und sagte, Herr Pfarrer, wissen Sie eigentlich, dass es zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn eine parallele Geschichte in der chinesischen Weisheitsliteratur im Lotus Sutra gibt? Und es stellte sich heraus, dass diese Dame eine sogenannte Sinologin war. Das heißt, sie hatte Chinesisch studiert und sich mit chinesischer Kultur befasst und den Lotus Sutra, diese chinesische Weisheitsschrift, ins Deutsche übertragen. Und tatsächlich, sie schenkte mir das Buch, fand ich in dem Buch diese Geschichte, die fast aus der Bibel hätte abgeschrieben werden können, nur mit einer Variante, die meiner Meinung und meiner Empfindung nach eigentlich fast noch die Bibel übertroffen hat. Da wird nämlich berichtet, von dem Sohn, der von seinem Vater davongelaufen ist, das ganze Geld verjubelt hat, dann in eine fremde Stadt kommt und dann nur noch als Bettler unter Bettlern vor einem großen Palast vor der Türe sitzt und wartet, bis ihm irgendein einflussreicher, reicher Mensch eine Münze in die Hand gibt. Er weiß aber nicht, dass inzwischen sein Vater zu großen Ehren und zu großem Reichtum gelangt ist und dass ihm dieser Palast gehört, vor dem er mit den Bettlern saß, um auf eine milde Gabe zu warten. Und eines Tages kommt der Vater aus dem Palast und schreitet durch die Bettler hindurch und erkennt seinen Sohn. Der Sohn aber erkennt nicht seinen Vater. Aber die Liebe des Vaters erkennt den verlorenen Sohn. Und nun überlegt der Vater, wie kann ich das Herz meines Sohnes wieder gewinnen, wenn ich mich ihm so offenbare, wie ich jetzt bin, in diesem wahnsinnigen Abstand, den ich von ihm habe, er, der niedrige Bettler, ich, der hochgestellte und zu Ehren gekommene Mann, das wird er nicht verkraften. Und da kommt er auf die Idee, drei seiner Diener in Lumpen zu gleiten wie Bettler und sie unter die Bettler zu mischen, damit sie das Herz ihres Sohnes gewinnen könnten. Aber das misslingt. Und am Schluss bleibt dem Vater nichts anderes übrig, so schreibt es der Lotus Sutra, bleibt dem Vater nichts anderes übrig, als sich selber in Lumpen zu kleiden und sich unter die Bettler zu gesellen. Und so gewinnt er wieder das Herz seines Sohnes. Das ist genau das, was Gott getan hat, als er sah, wie der Mensch ihn verlassen hatte, zum Sünder wurde und sich selbst ins Verderben gestürzt hat. Er hat den Weg gewählt in die totale Niedrigkeit. Er ist selber Mensch geworden, er ist zum Bettler geworden, er ist zu einem Ausgestoßenen geworden. Das wird allein schon an den beiden Bildern deutlich, dass er außerhalb der Stadt wie ein Fremder in einem Stall geboren wird und außerhalb der Stadt wie ein Verbrecher auf einem Hinrichtungshügel Golgotha gekreuzigt wird, wie ein böser Verbrecher, wie ein Mörder. So hat sich Gott als Mensch unter die Menschen begeben, um die Menschen wieder heimzuholen und ihnen seine große Liebe zu zeigen. Deswegen hat Jesus ja einmal gesagt in einem Gespräch zu einem Pharisäer namens Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. also Rückkehr in das verlorene Paradies. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Sendung wieder begegnen können. Vielen Dank.